So, jetzt am Steuerknüppel Rhein-Ströder für Sturzkopf-Turbinteile. Wow, und now Sturzkopf-Turbinteile is on take-off with the Mirage and that looks quite impressive. So, we just had the big Rafale and now we have the other aircraft of the French Air Force, the Mirage again. And that's a one by three and a half scale. It's an impressive length of three meter radius and two sixty-five lengths with a take-off weight of 38 kilograms. And the engine, it's a Sturzkopf-TJ420. Ja, Josef, das hört sich beeindruckend an. Hast du mal ein paar Daten für das Flugzeug, für die schöne Mirage, die wir hier sehen? Ja, die Mirage, die jetzt hier vorbeflogen wird, hat eine Sturzkopf-Turbine, eine TJ420 an Bord mit 42 Kilo Flug. 38 Kilo wiegt das Modell, auch hier ein zugelassenes Flugmodell. 3,80 Meter lang, 2,65 Meter Spannweite dieses großen Deltas. Das Ganze ergibt ein Maßstab 1 zu 3,5. Der Preis steht nicht fest, weil es steht ganz einfach, ist nicht zu verkauft. Oh, I just wanted to ask Josef for the price of the Mirage because I'm really a big Mirage fan. But he says, I don't have to worry about the price, because it's not for sale. No, actually it's a scratch build and the owner does not want to sell it. But interesting is the turbine. It's a TBS 400 Sturzkopf-Turbine. So you can basically build this turbine yourself. and it's delivering 420 Newton of thrust, which is absolutely impressive. And you also can buy the turbine, which is manufactured in the license of AMT with the name of Titan. Ja, Josef, also wenn du keinen Bock hast, die Turbine selbst zu bauen, dann hast du die Möglichkeit, die von AMT unter dem Namen Titan hergestellte Turbine zu bauen. Das ist nämlich genau diese Turbine, die halt da in Lizenz gebaut wird. Und es gibt noch eine Möglichkeit, die Turbine zu bekommen. Und zwar kann man bei Alfred Frank auch diese Turbine fertig auf Bestellung beziehen. Die TBS 400. 420 Newton Schubkraft, das ist schon mal eine ordentliche Nummer. 3460 Gramm wiegt das Triebwerk. Wir erreichen eine maximale Drehzahl von 104.000 Umdrehungen. Und der Lieferumfang beinhaltet alles, was man zum Betrieb noch braucht, außer den Turbine. Das ist zwar einreditungszuller, das ist einreditungszuller. Das ist für uns. Das ist für uns. Ja, 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 ja. Du wirst auf einen 4-point-Roll sehen, dass sie auch klicken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Mirage, der Delta-Flügel, super gemacht. Rein Schröder, der Sohnemann vom Chef. Und endlich dürfen wir wieder über 25 Kilo fliegen hier auf der Jet Power. Ist doch mal was. Jo, very nice now, der Mirage-Taxi back. Sohnemann.